Guten Abend, meine Damen und Herren, willkommen zu den Nachrichten vor 100 Jahren. Heute der 1. bis 7. Januar 1923. Berlin. Zum zweiten Mal in der Geschichte der Republik empfing Reichspräsident Friedrich Ebert anlässlich des Neujahrstags die Chefs aller fremden diplomatischen Vertretungen. In Antwort auf eine Erklärung des apostolischen Nunzius, Monsignore Pacelli, erklärte Ebert dabei, dass das deutsche Volk und die aus seiner Mitte hervorgegangene Regierung alles tun werde, damit die immer noch getrennten Völker in wahrem Frieden und in gemeinsamer Arbeit für die der ganzen Welt so notwendige Neugestaltungen des wirtschaftlichen und geistigen Zusammenlebens der Nationen wirken. Für eine Zusammenfassung der politischen und wirtschaftlichen Lage zum Jahreswechsel folgt nun eine kurze Einschätzung des Publizisten und Reichstagsabgeordneten Friedrich Stampfer. Die Neujahrsglocken, die morgen zum fünften Mal seit dem Ende des Weltkriegs klingen werden, bringen uns noch immer nicht echten Friedensklang. Das neue Jahr beginnt mit der Konferenz von Paris und die Frage, ob es auf ihr gelingen wird, für die Aufräumung des vom Krieg hinterlassenen wirtschaftlichen Trümmerfeldes Entscheidendes zu leisten, beherrscht so sehr die Gemüter, dass zu ruhiger Rückschau auf Vergangenes die Sammlung fehlt. Deutschland kämpft noch immer um seine Existenz, aber an die Stelle des blutigen Weltkriegs, den das Kaiserreich führte, ist der geistige und moralische Kampf getreten, den die Republik führt um die Wiedergewinnung verlorener Sympathien, um die Anknüpfung neuer Freundschaften, um die Herstellung eines Weltregimes, das den Gesetzen der wirtschaftlichen Vernunft folgt und dem das deutsche Volk in gleichem Maße wie allen anderen gerecht wird. Die Einschätzung des Sozialdemokraten Stampfer, dass an den wirtschaftlichen Problemen des Deutschen Reichs vor allem die völlig unsichere Schuldnerlage als Folge der Reparationsfrage maßgeblich verantwortlich sei, wird in breiten Teilen der Politik und Bevölkerung geteilt. Allerdings hatte die alliierte Reparationskommission Ende Dezember festgestellt, dass das Deutsche Reich, wenn auch in geringem Maße, nicht seinen Reparationsverpflichtungen bei der Lieferung von Holz und Kohle nachgekommen war. Vom 2. bis zum 4. Januar findet daher in Paris eine Konferenz statt, die sich mit den Reparationsforderungen an Deutschland befasst. Zum Hintergrund. Im Vertrag von Versailles vom 28. Juni 1919 wurde das Deutsche Reich verpflichtet, wieder Gutmachung zu leisten. Begründet wurde dies juristisch mit dem Artikel 231 des Vertrags, nachdem Deutschland und seine Verbündeten als Urheber für alle Verluste und Schäden verantwortlich sind, die ihr die alliierten und assoziierten Regierungen und ihre Staatsangehörigen infolge des ihnen durch den Angriff Deutschlands und seiner Verbündeten aufgezogenen Krieges erlitten haben. Eine genaue Höhe der Zahlungen wurde allerdings 1919 noch nicht festgelegt und war in den Folgejahren, beispielsweise über das London Schedule of Payments von 1921, immer wieder Gegenstand von Verhandlungen. Reparationen waren aber nicht nur nötig, um zum Beispiel die zum Teil völlig zerstörten Gebiete in Nordfrankreich wieder aufzubauen. Vor allem waren die Reparationen die Grundlage dafür, dass die europäischen Alliierten, vor allem Frankreich und Großbritannien, ihre eigenen Schulden bei den Vereinigten Staaten von Amerika bedienen konnten, die sie infolge des Ankaufs von Rüstungsgütern während des Weltkriegs aufgenommen hatten. Die Folgen sind erheblich. So berichtet die Vossische Zeitung zum Beispiel, dass die Reparationszahlungen, die das Deutsche Reich im November 1922 leisten musste, halb so viel kosteten wie die Zahlungen der Gehälter aller 90.000 Reichsbeamten. Vor diesem Hintergrund zeichnete Reichskanzler Wilhelm Kuno in seiner Neujahrsansprache vor der Handelskammer Hamburg nun ein düsteres Bild der wirtschaftlichen und finanziellen Lage des Deutschen Reichs. Gleichzeitig stellte er die deutsche Position im Vorfeld der Pariser Konferenz vor, die sich nun ab dem 2. Januar mit eben dieser Frage beschäftigen sollte. Es ist wahr, so der Reichskanzler, dass unsere deutsche Wirtschaft bedenkliche Merkmale des Ruins zeigt. Es ist Ruin, wenn unsere Ackerbohnen nicht mehr so bestellt und gedüngt ist, wie vor dem Krieg, wenn wir für die Volksvermehrung keine neuen Häuser bauen, die Menschen zusammenpferchen und die Häuser zu Schäden kommen lassen müssen, wenn die Industrie die flüssigen Betriebsmittel größtenteils verloren hat und ihre Renten im Goldmarkt berechnet, überhaupt nicht mehr Gewinn zu nennen und ohne Kapital bildende Kraft sind. Aber wenn gesagt wird, dass solcher Ruin von uns angestrebt worden sei, um mögliche Leistungen unmöglich zu machen, meine Herren, glaubt jemand im Ernst, dass Deutschland nur, um seine Schuldner zu benachteiligen, Selbstmord begeht? Die Wahrheit sieht anders aus. Der schwerste und unglücklichste Krieg der neueren Geschichte hat uns wertvolle Bestandteile nationalen Gewinns und Volksvermögens genommen. Seine Folge hat eine tiefgreifende Zerrüttung unserer Wirtschaft über uns gebracht. Schlimmer noch als dies. Der Vertrag von Versailles hat Deutschland von der wirtschaftspolitischen Gleichberechtigung der Völker ausgeschlossen, seiner Wirtschaft in festem Boden entzogen, unsere Währung zerrüttet und unseren Wirtschaftlern die Möglichkeit klarer Disposition genommen. Paris sieht man das freilich anders. Beim Neujahrsempfang der Diplomaten im Élysée-Palast nutzt der französische Staatspräsident Alexandre Milleron ebenfalls die Gelegenheit, um die eigene Regierungsposition am Vorfeld der Pariser Konferenz vorzustellen. Frieden kann sich nur auf der Basis der Verträge und der Achtung vor den erworbenen Rechten und übernommenen Pflichten durchsetzen, erklärte Milleron. Nur auf dem Boden der Wahrheit und Gerechtigkeit lässt er sich ein feister Frieden begründen, so Milleron weiter, was der deutsche Botschafter Willemeyer als Forderung nach der Bestrafung Deutschlands auffasst. Einen Eindruck über die Stimmung in Paris vermittelt eine Beobachtung des Publizisten und Diplomaten Harry Graf Kessler. Abends im Théâtre du Vieux-Colombier Michel Auclair von Vildrac. Vor uns saß eine Gesellschaft aus dem Faubourg Saint-Germain, tief ausgeschnittene, elegante Frauen mit großen Perlenkolliers und mehrere junge Leute, de Beaufort zum Beispiel. Sie sprachen über die Lage, der eine, ein etwa 28-jähriger junger Mann im Smoking mit der Ehrenreligion meinte, was soll ich sagen, es ist dumm, aber wir gehen ins Ruhrgebiet. Wir sind verpflichtet. Es gibt keinen Weg zurück bei dieser schrecklichen Chambre. Nun, bereits am 4. Januar 1923 geht die Pariser Konferenz ergebnislos auseinander. Dies liegt vor allem an den unvereinbaren Positionen des französischen Ministerpräsidenten Raymond Poincaré und des britischen Premierministers Andrew Bonallon. Poincaré befürwortete zusätzliche Zwangsmaßnahmen, wozu auch eine mögliche Besetzung des Ruhrgebiets gehört. Bonallon dagegen befürwortet einen Plan, nach dem das zahlungsunfähige Deutsche Reich für volle vier Jahre einen Zahlungsaufschub gewährt bekommen sollte. Kompromissvorschläge von italienischer und belgischer Seite werden ebenfalls abgelehnt. Die Vossische Zeitung berichtet hierzu am 4. Januar aus Paris. Es wurde mir an zuständiger französischer Seite erklärt, so der Reporter, eine Verständigung habe sich als unmöglich erwiesen. Es habe sich heute nur noch darum gehandelt, einen Abschluss zu finden, der für keinen der Konferenzteilnehmer verletzend sei. Man betonte bei dieser Gelegenheit nochmals, dass England um jeden Preis einen offenen Bruch vermeiden wolle. Über die Folgen des negativen Ausgangs der Konferenz äußerte man sich am Quai d'Orsay mit begreiflicher Zurückhaltung. Man erklärte es für wahrscheinlich, dass vor dem Termin vom 15. Januar kein isolierter Schritt Frankreichs erfolgen wird und dass vor einer etwaigen Aktion dieser Art ein Meinungsaustausch zwischen Frankreich, Italien und Belgien stattfinden wird. Im Vorwärts interpretiert Rudolf Breitscheid am 7. Januar das Scheitern als Erfolg der nationalistischen Lager. Er sagt, die Nationalisten Frankreichs sind beglückt, dass eine Einigung mit England nicht zustande gekommen ist. Nun sind sie den lästigen Genossen, der auf Erwägung wirtschaftlicher Vernunft nicht ganz verzichten wollte und der ihr rücksichtsloses Draufgängertum behinderte los. Sie haben die Hände frei für eine selbstständige Aktion, die sich, wie immer sie ausschauen mag und welcher Vorwände sie sich bedienen wird, ausschließlich auf das Prinzip der Gewalt gründet, so Breitscheid. Und wie ihre französischen Gesinnungsgenossen, so jubeln die deutschen Nationalisten. Sie fühlen sich befreit von den Fesseln der Erfüllungspolitik. Es habe sich nun klar herausgestellt, dass jedes Verständigungsbemühen scheitern müsse und dass für Deutschland von allem Anbeginn an das glatte und verklausulierte Nein das Gegebene gewesen sei. Dass die ernste Wille zu erfüllen, was irgend erfüllbar war, moralische Pflicht gewesen ist und heute noch ist, lässt sich diesen Leuten schwer begreiflich machen. Und Breitscheid weiter. Hätten wir in Versailles die Unterschrift verweigert und das Londoner Ultimatum abgelehnt, so würde nicht nur Frankreich, sondern die ganze Welt gegen uns gewesen sein. Jetzt haben wir wenigstens erreicht, dass die angelsächsischen Mächte die französische Politik verurteilen und ein gewisses Verständnis für unsere Situation an den Tag legen. Zur weiteren Innenpolitik. Auch die Frauenbewegung hat den Jahreswechsel für einen Rückblick genutzt. Das eben zu Ende gegangene Jahr 1922 hat noch immer nicht das in der Verfassung gegebene Versprechen auf grundsätzliche Gleichberechtigung der Frau erfüllt, heißt es in der Zeitung Gleichheit vom 1. Januar 1923. Hervorzuheben ist, dass insbesondere die Stellung der Frau in der Rechtspflege eine ganz erhebliche Verbesserung gebracht hat. Nicht minder wichtig ist die Anerkennung des Rechtes des Kindes auf Erziehung, wie es zum ersten Mal in dem Jugendwohlfahrtsgesetz festgelegt ist. Auch die Gesetzgebung über die religiöse Erziehung des Kindes hat endlich einen Hauch der neuen Zeit verspürt. Doch hat die Stellung der Frau im Familien- und Güterrecht sowie das Recht des unehelichen Kindes keinerlei Änderungen erfahren. Ebenso sind unsere Anträge auf Aufhebung bzw. Reform jener die Frau unter einem Ausnahmerechtstellen in Paragraphen 218 und 219, die bereits seit zwei Jahren dem Reichstag vorliegen, bis heute noch nicht einmal zur Verhandlung gekommen. Berlin. Streit in der Völkischen Gruppe des Reichstags. Die Völkische Gruppe im Reichstag, bestehend aus den Abgeordneten Wilhelm Henning, Albrecht von Gräfe und Reinhold Wulle, verkündet den Beitritt zur neu gegründeten Deutsch-Völkischen Freiheitspartei. Die drei Abgeordneten waren 1920 für die Deutsch-Nationale Volkspartei in den Reichstag eingezogen, hatten sich aber im November 22 abgespaltet. Vorausgegangen war eine Kontroverse um Wilhelm Henning, der im Juni 1922 den damaligen liberalen Außenminister Walter Rathenau antisemitisch angegriffen hatte. In der konservativen Monatsschrift hatte Henning unter anderem geschrieben, Sie aber, Herr Rathenau, und Ihre Hinterleute werden vom deutschen Volk zur Rechenschaft gezogen werden. Kurz darauf war Rathenau von der Organisation Konsul ermordet worden, wofür Henning mitverantwortlich gemacht wurde. Nach einer internen Untersuchung der deutschen Nationalen Volkspartei war Henning aus der Fraktion, nicht allerdings aus der Partei, ausgeschlossen worden. In der rechten deutschen Zeitung wird die Neugründung und die damit verbundenen persönlichen Angriffe kritisch gesehen. Der Riss, der so in die völkische Front hineingebracht werde, sei schwer, vielleicht gar nicht mehr wieder zu heilen. Nun, der Streit um die Reparation ist für die Rechtsextremen eine willkommene Gelegenheit auf sich aufmerksam zu machen und von den internen Streitigkeiten abzulenken. Der sozialdemokratische Vorwirt zitiert hier am 4. Januar 23 unter der Überschrift Völkischer Unsinn aus einem Flugblatt der Deutschvölkischen Freiheitspartei. Während deutsche Frauen freiwillig sind für schwarze Franzosen, zerfleischen sich alle politischen Parteien in kleinlichem ekelerregenden Kampf und Hader um Tagesfragen und um Streit um Ministersessel. Zum Programm der Deutschvölkischen Freiheitspartei gehört unter anderem die Ausweisung aller seit dem 1. August 1914 eingebürgerten Fremdstimmigen und die Stellung der Juden unter besonderes Fremdenrecht. Der Vorwärts kommentiert hierzu treffend, wenn man hinzufügt, dass das Programm noch Stärkung des Heldischen Geistes verlangt, so weiß man zur Genüge, wie viel Intelligenz sich zusammengetan hat, um ein solches Programm in die Welt zu setzen. Blick in die Welt. Der Jahreswechsel bietet auch die Gelegenheit, auf die Entwicklungen in anderen Ländern zu blicken. Der römische Korrespondent der liberalen Fossischen Zeitung, Mario Passage, berichtet aus Italien. Zitat, der Wendepunkt im Werdegang Italiens nach dem Kriege ist im Jahr 1922 zweifelsohne die faschistische Revolution gewesen, die in den ersten Novembertagen ausbrach und nach anfänglich vorsichtigen Tasten nunmehr entschieden an die Durchführung des radikalen Erneuerungsprogrammes schreitet. Für die innere Entwicklung stellt sie zunächst eine endgültige Ausschaltung der Möglichkeiten einer sogenannten Koalitionsregierung dar, die die Linksdemokraten mit den Katholiken und Sozialisten ans Ruder führen sollte, als ein klares Abbrechen der seit dem Kriegsende eingeschlagenen Linie. Allerdings wird die Durchführung des faschistischen Programms bei aller Schärfe doch reichlich Zeit in Anspruch nehmen, so die Einschätzung des Korrespondenten. Mussolini selbst habe sich schließlich neulich geäußert, es würden vier bis fünf Jahre nötig sein, um Italien wieder zu einer wohlhabenden und geachteten Nation zu machen. Wird der Faschismus so lange dauern? Die Faschisten sind davon überzeugt und rechnen auf 20 Jahre ihrer Herrschaft. Ihren Gegner enthalten sich vorläufig aller Voraussagen, erkennen jedoch die Voraussicht ganz besonders bei Mussolini an, der die ersten Gegenmaßnahmen sehr rasch vereitelte. Nicht nur der Versailler Vertrag, sondern auch die anderen Pariser Vorortverträge haben keine endgültige Friedensordnung begründet. Besonders deutlich zeigt sich dies in der Türkei. Durch den Vertrag von Sèvres vom 10. August 1920 sollte das Osmanische Reich einen Großteil seiner Gebiete verlieren. Der vom Bevollmächtigen des Sultans Mechmet VI. unterzeichnete Vertrag wurde von türkischen Nationalisten nicht anerkannt. Die Folge sind eine Reihe von kriegerischen Auseinandersetzungen. Türkische Nationalisten und Mustafa Kemal haben bereits seit dem 19. Mai 1919 gegen Armenien, Griechenland und auch die französische Besatzungsmacht gekämpft. Über Lerge in Griechenland berichtet ein Sonderkurs bei der Faschischen Zeitung. Im Hafen von Athen, im Pyräos, lagern Tausende und Tausende halbverhungerter, halbnackter Menschen gestalten. Es sind Griechen, Armenier, Christen, die sich von dem aufgehenden roten Halbmond unter den klassischen Himmel von Hellas gerettet haben. Sie kamen im letzten Kleid, die sie aus dem Feuermeer des brennenden Smyrna entflohen oder aus Straciens gefährdeten Gegenden landeinwärts wanderten. Leute, deren Reichtum Millionen Goldfunde betrug, sind heute Bettler. Hunger und Krankheiten fordern ihre Opfer. Selbst derjenige, der das Elend in den Sammelstätten der menschlichen Leiden, in Kriegsbaracken und in Massenwohnungen der Weltstädte kennengelernt, ist erschüttert angesichts der Massen unglücklicher Flüchtlinge. Auch in Osteuropa ist die politische Lage alles andere als ruhig. Am 5. Januar wird Alois Raschin in Prag von einem anarchistischen Attentäter schwer verletzt. Georg Bernhard von der Foschischen Zeitung erklärt treffend, Das Attentat gegen den tschechischen Finanzminister Raschin, das so kurz auf den Mord am polnischen Staatspräsidenten folgte, sollte ein Alarmsignal an alle europäischen Geister sein. Es kommt bei solchen Mordtaten nicht darauf an, wer der Täter ist und nicht, welches Motiv jeweils in einem Querkopf wirksam war, um ihm die Waffe in die Hand zu drücken. Wichtiger scheint die internationale Übereinstimmung all jener Verbrechen darin, dass ihnen immer Männer zum Opfer fallen, von denen man weiß oder erwartet, dass sie irgendeine Ordnung herstellen oder mindestens ihrer Gesinnung nach repräsentieren. Die wirtschaftliche Lage bleibt weiterhin angespannt. Der Dollarkurs ist weiter gestiegen und beträgt nach dem Ende der Konferenz nunmehr 8.800 Mark und 700 Mark mehr als noch am Jahresende. Nun, am 3. Januar trat der Innenminister der Vereinigten Staaten, Albert Fall, zurück. Ihm wurde Bestechungen durch die Ölindustrie im sogenannten Teapot-Dome-Skandal vorgeworfen. Sein Nachfolger ist Herbert Work, bisher Generalpostmeister. In der amerikanischen Stadt Rosewood kam es in der Zeit vom 1. bis zum 7. Januar zu einem Massaker an den schwarzen Bewohnern. Laut offiziellen Berichten kamen bei den Unruhen sechs schwarze und weiße und zwei weiße Amerikaner ums Leben, Augenzeugen berichten dagegen von 27 bis sogar 150 Toten. Die gesamte Stadt Rosewood wurde zerstört. Vorausgegangen war ein falsches Gerücht, dass eine weiße Frau von einem Schwarzen angetritten worden sei. Sport Mailand Am 1. Januar verlor die deutsche Fußballmannschaft vor 25 Zuschauern in Mailand 1 zu 3 gegen die Italiener. Deutschland war in der 72. Spielminute durch ein Tor von Loni Seiderer 1 zu 0 in Führung gegangen, musste aber in der 79. 85. und 88. Minute drei Gegentore hinnehmen. Die Torschützen für die Italiener waren Luigi Cevini, Resto Demo Santa Maria und Enrico Migliarvaccia. Die politische Lage ist jetzt wieder so, dass sie sogar stumpfe Nerven bedrückt. Französischer Einmarsch nach gescheiterter Reparationskonferenz bevorstehend. Mit dieser düsteren Einschätzung des Literaturwissenschaftlers Viktor Klemperer beenden wir diese Folge. Werden sich seine Befürchtungen bewahrheiten? Sie erfahren es in der nächsten Woche an dieser Stelle.